Das hier ist ein Parallelenviereck. Je zwei Seiten sind parallel. Von diesem Parallelenviereck berechnen wir nun die Fläche. Dazu schreibe ich es erst mal an. Das hier unten ist die Seite A. Und dieses Parallelenviereck hat eine Höhe. Die zeichne ich ein, senkrecht. So, das ist die Höhe auf A. Damit ich es berechnen kann, die Fläche, schneide ich hier diese Ecke ab. So, nehmen sie und setze sie auf der anderen Seite wieder an. Und aus dem ursprünglichen Parallelenviereck ist nun ein Richtdeck entstanden. Und die Fläche ist genau gleich groß. Vom Richtdeck können wir die Fläche ganz einfach berechnen. Die Fläche A ist gleich Länge mal Breite. Länge ist hier A. Und die Breite ist diese Höhe auf A. Nun, man kann gleich noch eine zweite Formel finden. Das hier oben ist die Seite C. Und die Höhe auf die Seite C ist genau gleich wie die Höhe A. Das ist dasselbe. Also kann ich auch schreiben, die Fläche ist gleich C mal die Höhe auf C. Das ist beides. Das selbe. Das ist das selbe. Vielen Dank.